hallo leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge von runescam 3 und in dieser folge zeige ich euch wie man beschwörung levelt ja coole beschwörungs im mode und ja dann fangen wir gleich mal an ohne zeit zu verlieren also tabelle ist die einfachste methode beschwörung zu trainieren und also damit geht's los damit muss man einfach anfangen und da gibt es einen quest und zwar der heißt der sich den wolf pfeift oder so oder inzwischen heißt er glaube ich schon anders dann wollen wir mal gucken wie der quest heißt doch ja genau der sich den wolf pfeift heißt es immer noch das ist gut denn wenn man den macht kriegt man es für sehr coole belohnung erstens ep beschwörung dann ist man schon glaube ich insgesamt 4 und zusätzlich fast 300 gültige siegeln bekommt man da genau das zeige ich schon hier den weg wie man hierhin kommt der muss vom taverling magnetiten hierhin laufen hier so ein fettes wolf symbol weil die sieht man schon hier stehen typ wolf symbol über dem kopf und so komischer typ der das cape hat und hier so ein obelisk dieses obelisk dingens das ist das wichtigste von beschwörung okay sagen wir das zweite wichtigste das erste wichtigste sind die siegel und ja diese wenn man drauf klickt kann man hier die ganzen sachen die beutel herstellen und wenn man einen beutel herstellt dann bekommt man ep dafür und man kommt halt pro siegel immer einen beutel also hier sieht man zehn splatter laussiegel beutel und dann noch die neben zutaten zum beispiel hey wieso kann ich das nicht machen okay sieh sie tun ähm muss ich mal einen schalter haben äh ich hab hier keinen schalter okay egal also es sind halt vier verschiedene siegel da also an an sich die grundsiegel sind gülden grün weinrot blau das ist das ist die reihenfolge also von der verbesserung her also güldne sind die die kack genug siegel die schlechtesten da braucht man auf jeden fall anfangen weil sie am anfang ganz okay ep geben und man kann am anfang nichts anderes machen deswegen muss man einfach mit güldne leveln danach kommen die grünen die sind aber nicht so super weil die sind sehr verschwenderisch also weil das ep geld verhältnis was man da also opfern muss das ist richtig schlimm weil bei den grünen siegeln muss man richtig viele siegel für eins also für einen beutel ähm bezahlen oder benutzen weil grüne siegel total gierig sind nach splitter ja und da gibt es weinrotes das sind die besten zum trainieren ach genau schalter weinrotesiegel äh genau weinrotes sind die besten zum trainieren und sie kann man auch ziemlich schnell bekommen äh genau und da gibt es natürlich noch die blauen das ist dann schon die sind die over siegel die geben richtig viel ep kosten viel mit was auch immer und meistens sind die blauen also die viecher die man mit blauen siegeln herstellt also die beutel die sind dann schon richtig op aber die weinroten sind auch schon op aber erst ab 80 plus genau dann gibt es natürlich diese ursiegel das sind jetzt die neuen siegel die gibt es seit kurzem ähm das ist von diesem quest wo zardus zurückkehrt da gibt es ja diese nihils und die musphas und da kann man dann die äh machen genau hier kann man ja ursiegel gucken hier nihil und dann müsste hier noch ein altraum musphas genau also genau die die beiden monsterarten die man neu killt und wenn man die killt dann später nach dem quest da bekommt man dann die entsprechenden siegel davon und damit kann man dann auch einigermaßen trainieren oder halt man benutzt sie eher für den bonus den sie geben weil sie schon ziemlich guten bonus geben und ja dann gibt es auch die zauberrollen man kann jeden einzelnen beutel den man bin äh den man hat man gemacht hat kann man in eine zauberrolle umwandeln ähm das gibt zwar auch ep aber das lohnt sich eher nicht weil man dann sehr viel verlust macht meistens aber es gibt natürlich auch gute geldmethoden die man nur mit zauberrollen macht also das ist auch hier sollte man nicht vergessen ja genau das hier habe ich schon ziemlich viel zum obelisk gesagt man kann sich die beschwörungspunkte aufladen also beschwörung an sich ist ja so dass man die beutel zwar macht und alles also tonnenweise beutel macht und man kann aber nur ein monster immer beschwören also ein beutel immer aktivieren hier kann man hier ich habe schon ein paar beutel hier vorbereitet und hier kann man einfach drauf beschwören klicken und dann beschwört es das Viech zum Beispiel machen wir mal den Seelenkürt der passt perfekt dann klickt man für die beschwörung kriegt man ep genau dann hat man so ein cooles vertrauten Dinges das einem die ganze Zeit hinterher rennt und man kann natürlich auch hier die ganzen Sachen sehen also anschauen und sehen die Linksklickoption wenn man hier auf dieses Icon da klickt kann man ja natürlich dann auch hier auswählen was man jetzt will entweder man hat die Infos also kann man alle diese ganzen Optionen die Linksklickoption kann man alle mit rechtsklick und dann auswählen auch machen nur halt wenn man einmal draufklickt kommt es so vor zum Beispiel wenn man jetzt die Spezialaktion macht zum Beispiel bei einem Packjack oder bei einem Einhornhengst ist es zum Beispiel beim Packjack ist es ein Item auf die Bank teleportieren dann klickt man einmal drauf und dann auf das Item das man auf die Bank teleportieren will und dann geht es automatisch oder beim Einhornhengst klick spendt man drauf und dann wird man die ganze Zeit geheilt also das ist besser als die ganze Zeit rechtsklick zaubern rechtsklick zaubern rechtsklick zaubern das ist natürlich leichter oder wenn man jetzt entladen möchte wenn man jetzt ein Inventar also wenn ein Viech hat voller Food kann man einfach nur draufklicken und dann wird immer das Food und das drin ist ins Inventar gepackt also so viel mehr wie man hier einen Platz hat natürlich genau ja wegschicken alles das ist sowieso klar hier habe ich die Spezialaktion behalten und angreifen genau die Viecher können alle angreifen aber es ist nicht immer ja ok alle können nicht angreifen aber es ist nicht immer vorteilhaft dass die Dinge angreifen weil manchmal ziehen sie dann die Aggro von dem Monster und dann werden sie langsam aber sicher weg gehittet weil sie haben auch eine gewisse HP und wenn sie gefokust werden von dem Viech dann ist es schlecht wenn sie dann sterben und irgendwie volles Inventar noch dabei haben genau also ich habe jetzt den Seelen gehört nicht umsonst Moment war das der Seelen gehört nicht um nicht genau ich habe ihn nicht umsonst beschworen denn also man kann jetzt ähm an sich wie man trainiert also der Weg ist halt von der Bank da hinten also da hinten ist ja die Bank zu diesem Obelisken dann macht man am Obelisken alle Sachen und dann dreht man wieder zurück zur Bank und dann holt man wieder die ganzen Sachen und wie das Inventar aussehen sollte ist immer man braucht tonnenweise Seelensplitter dann ganz viele Beutel also am besten genauso viele Beutel wie Siegel haben immer aber die Splitter sind halt immer so variabel man kann sie sich natürlich immer ausrechnen so ok ich habe jetzt sagen wir mal 300 Siegel und ich brauche für ein Viech jetzt so und so viele Siegel dann mache ich die Siegel für ein Viech mal 300 und dann kauft man sich die automatisch ein und dann hat man das so dann sind sie genau perfekt aus also wenn man nicht aufpasst dann gehen sie einem aus also wenn man also random irgendwas kauft eine Anzahl von denen und dann sind sie plötzlich zu Ende und dann sind sie so oh fuck ich muss noch ein Siegel kaufen aber das ist auch kein Problem denn man kann mit diesem Stuccofax handeln und der verkauft so coole Splitterpakete ich gucke mir mal die Info an 5000 Siegel Splitter genau das kostet 155k man kann sich auch einfach nur ganz normal kaufen und die ganzen 500 500 500 in der Markthalle für 25 kriegt man die glaube ich kaum also ich glaube wirklich man kriegt die gar nicht mehr also man kriegt sie schon aber nicht so viele wenn man jetzt sagen wir mal man hat jetzt zwei Monate lang Siegel gesammelt und dann würde man alle Siegel sofort wegleveln und dann kaufen wir sich alle Splitter auf einmal und dann kommen sie auf jeden Fall nicht an weil ich glaube die vier Stunden Grenze für Splitter ist 25.000 oder so am besten einfach hier reingehen und dann kann man sich 5.000 kaufen dann wenn man richtig hardcore ist kauft man sich 500 Pakete von diesen 5000 dann haben wir schon einen Tonnen weißen Siegel da reicht schon ein bisschen an 90 vielleicht sooo ja das hätten wir auch mit den Siegeln aber man kann natürlich hier ein kleiner für einen Beutel einen Seelenwolf kann man die kostenlos bekommen ich glaube das kann man sogar wenn man das zu Tordle macht also diese Einführung die total scheiße ist aber da wird einem alles erklärt und dabei bekommt man halt einen Beutel gratis geschenkt kann man natürlich alle paar Stunden hierher kommen und den einen Seelenwolf machen aber ich glaube das lohnt sich ja nicht für die EP Rate genau ja dann wollte ich noch sagen wie das Inventar aussehen sollte es ist halt immer man sieht hier man braucht Splitter, Siegel, Beutel diese drei Sachen sind stackable also wirklich die Splitter die kann man stacken die Beutel kann man stacken und die Splitter kann man stacken mhm aber die zwei Zutate sind wir das hier dieses großes Vogelsfleisch oder irgendwas anderes hier zum Beispiel Ringelblume guck mal bei blauen Siegeln noch hier braucht man einen Wassertalisman diese eine Sache ist immer nicht also nicht stackable das ist immer das Problem aber das ist kein Problem es ist es ist ein Problem aber irgendwie auch nicht weil man kann einfach nur man nimmt das Siegel das man leveln möchte dann die Splitter die man dafür braucht und dann die Beutel genauso viele Siegel wie Beutel äh Beutel wie Siegel und dann hat man drei Sachen und dann nimmt man 25 Plätze da die zwei Zutaten her und dann levelt man die ganze Zeit hin und her und hin und her und so levelt man am besten also jetzt am Anfang Beschwörung mhm am Anfang also wenn man Vertraute hat später ähm zum Beispiel ab 52 kann man den Seelen Terrorvogel äh holen und dann noch Zauberrollen dabei also da hat man vier Plätze besetzt schon aber dann noch 24 Sachen also 24 pro Run aber einem geht die Ausdauer nie aus weil der Terrorvogel der hat die Spezialaktion von dem ist wie der Name schon sagt von der Zauberrolle Dauerlauf das heißt wenn man jemand jetzt mal wenn man die Terrorvogel Zauberrolle benutzt wird die Ausdauer wieder aufgefüllt das heißt man kann 24 7 durchlaufen solange man Zauberrollen hat und wenn man dann 52 ist kann man das auf jeden Fall machen und das ist auf jeden Fall dann schneller als statt dann immer zwischendurch immer gehen zu müssen und das ist natürlich dann langsamer und das nervt und bäh genau also so levelt man jetzt am Anfang dann so dann äh mach ich mal hier schnell ja genau und man kann natürlich wenn man hier drauf klickt dann machen wir das güldene Dings zuerst gülden ach so hab ich den Terrorvogel genau wenn man hier durch wirkt und sagen wir mal 24 Sachen hat dann werden alle automatisch mit einem Klick blub das ganze Vita wird komplett äh zu Beuteln gemacht und dann kann man banken also da braucht sich keine Sorgen zu machen nicht dass es so ewig dauert mit ein Beutel noch ein Beutel noch ein Beutel noch ein Beutel ja es geht auf jeden Fall schnell also instant volles Vita und dann kann man wieder banken also Beschwörung ist auch eine der schnellsten Fertigkeiten zu leveln solange man die Siegel hat wenn man die Siegel nicht hat nope also die Siegel zusammen dauern genau wenn man den beschwören kann ist es eine noch schnellere Methode zu leveln denn man kann einfach nur drauf klicken teleportieren und dann landet man im Piskatorisch Fischer Kolonie Gebiet und dann gibt es hier so eine coole Falltür also man landet genau daneben und dann geht man runter und dann sieht man hier schon Beschwörungstherberlisk und hier kann man natürlich auch die ganzen Sachen instant machen wir machen mal einen Ibis Beutel so blopp haben wir hier das auch gemacht genau hier sieht man schon der levelt hier auch mit dem Cure also das ist wirklich eine schnelle Methode aber genau er teleportiert sich sofort weg es gibt nämlich um diese Methode zu perfektionieren muss man immer einen kostenlosen also entweder einen kostenlosen Teleport haben oder einen Teleport zu einer Bank und zwar instant was ich gerne benutze ist oh wo kann ich jetzt zu einer Bank gehen gehen wir mal wieder nach Terralais weil dort geht es ja wieder ab genau also es gibt Möglichkeiten also entweder ihr nehmt den inzwischen jetzt sagen wir mal Duellring da könnt ihr zur Burgenkampf teleportieren also wenn wir immer einen anhaben der hat dann acht Ladungen oder eine Spielhalskette ich glaube Spielhalskette da gibt es keine Bank wirklich instant neben neben dem Teleportort aber es gibt halt jetzt Kerkakunde ist die schnellste Möglichkeit an sowas zu kommen also an die Kerkakunde ring den ist halt einfach nur recht die Teleport und das ist kein Problem und was haben wir hier warte mal Tokul da ist er Tokulzo ähm den geladenen Tokulzo den bekommt man von einem Quest von dem Zar also in diesem Vulkan wo man Fcape holt und der Quest der Tokarkal freischaltet also das Minispiel ähm da bekommt Tokulzo das ist wirklich besser der ist top also man kann ihn anziehen äh und man kann sofort immer also dann teleportieren und dann kann man hier auswählen wohin man will ich glaube sogar Kampfgruben ist glaube ich die schnellste weil man da instant genau instant neben der Bank also wenn man ihn an hat kann man einfach draufklicken und dann Kampfgruben oder zwei drücken und dann ist man sofort hier kann man banken wieder und dann wenn man gebankt hat geht man wieder mit Kyat und teleportiert sich wieder weg genau das ist jetzt äh mit dem Kyat die beste Methode also eine sehr gute Methode ähm dann haben wir noch andere Möglichkeiten also noch andere Sachen äh die ich noch sagen möchte also zum Beispiel jetzt in Kyat wenn ich jetzt weg haben will mach ich einfach hier rechtsklick wegschicken ja ich will ihn wegschicken und weg ist er das war's äh noch ein kleiner Punkt wenn man in der Markthalle steht dann wird die Zeit die der die der Vertraute hat nicht runtergehen also das ist ein kleiner Tipp na wenn man in der Markthalle steht kann man keine muss man sich keine Sorgen machen dass das Viech jetzt bald tot ist weil jedes Viech hat eine Zeit und je besser das Siegel ist und je höher das Level desto länger ist die Zeit zum Beispiel beschwören wir mal den Stahltitan den Stahltitan da machen wir mal Infos und Begleiter Stahltitan ist übrigens ab 99 und jetzt sieht man schon 64 Minuten der braucht also der bleibt ewig ewig genau jetzt gehen wir mal schnell hier zu den Wachen um auszuprobieren ob der überhaupt funktioniert aber ich weiß nicht ob ich die Wache nicht One-Hit-Kille deswegen werde ich wahrscheinlich mein Schwert kurz ausziehen dann die Waffe angreifen die Wache nicht die Waffe jetzt gehe ich auf Infos zu Begleiter und dann gehe ich boom mache ich fertig ich kann ich die Zauberrolle aktivieren weil der macht ihn fertig genau das ist Stahltitan Stahltitan ist OP komm wir nochmal boom komm schon mach die Zauberrolle Super Tag genau also Stahltitan macht immer die Schwäche des Gegners also der Angriff ist immer von der Schwäche des Gegners abhängig und das ist immer die genau die Schwäche also der ist perfekt angepasst und ja es zieht halt Spezialaktion genau und jetzt tue ich mal den Stahltitan wieder weg genau das ist ganz einfach und mit jedem Monster das man beschwört sinken die Beschwörungspunkte und immer solange das Monster da ist dann sinken die Beschwörungspunkte ganz wenig immer mal ein bisschen weiter runter bisschen weiter runter und genau dann wenn das Monster verschwinden würde sind die Punkte auf null deswegen muss man immer entweder einen Beschwörungstrank oder einen Wiederherstellungstrank haben damit man die Beschwörungspunkte wieder auf also auffüllen kann damit man dann entweder das Viech nochmal beschwören kann oder man kann das Zeitgut haben einfach nur aufladen wenn man zum Beispiel noch unter drei Minuten übrig ist von dem Mob beschwören wir mal einen Labatitan ich darf so fahren der sieht voll cool aus der gibt sogar unsichtbare Mining den unsichtbaren Mining Bonus dass man besser ja Bergbau trainieren kann und deshalb kein Kampf vertraut zum Beispiel und man sieht hier noch Infos jetzt habe ich schon wieder Beschwörungspunkte verloren wenn ich ihn beschworen habe beschworen habe und hier kann man hier Zeitgut aber aufladen und das geht immer nur dann wenn jetzt wirklich die Zeit schon unter drei Minuten ist dann einfach drauf klicken und man muss einen Beutel haben und genug Beschwörungspunkte um das Ding zu beschwören also das ist das Wichtigste jo dann hätten wir das auch und genau jetzt wollte ich noch was zu sagen zu den wichtigsten Beschwörungen also die besten Beutel die man insgesamt haben kann also es geht los ich glaube das Lowestel ist der Seelenterror Vogel der hat 12 Inventarplätze also man kann mit dem Drachen gehen Geld machen egal irgendwo hingehen wo man mehr Inventarplatz braucht zum Beispiel Bossen auch oder Geld machen damit man mehr Loot aufheben kann wenn man Drachen killt mehr Drachenknochen und so und der hat halt noch die Fähigkeit Instant Lauf also diese Ausdauer aufzuladen also nicht voll aber ein bisschen was ich glaube du kannst 20 bis 30 Prozent das ist sehr schön also es ist total nützlich der Terrafugel ist in zwei Sachen geil also die meisten Sachen also die meisten Monster sind nur bei einer Sache cool du bist jetzt der Lowertitan der gibt einem halt nur den unsichtbaren Mining Bonus dass man halt aber plus 9 oder so deswegen ist das schon richtig hart wenn man Mining trainieren will definitiv Lauf Titan das ist ein Muss dann Terrafugel ist eigentlich auch ein Muss weil mit einem Terrafugel kann man mehr Beschwörung trainieren damit es besser wird oder mehr Geld machen damit man mehr Beschwörung verlieren kann weil Beschwörung kostet auch ein bisschen was äh gut dann kommen wir zum nächsten Banjib äh ich wollte jetzt wieder schnell die Infos zum Begleiter und weg mit dir hoffentlich reicht mir die Beschwörungspunkte bis zu dem bis zum Ende hier genau der Banjib das sieht aus wie so ein sicher äh keine Ahnung Fischgesicht keine Ahnung was ein Viech halt und dieses Ding das hat ein Passiv Perfekt also das hat an sich auch ein Aktiv hey das hat auch ein Aktiv aber der Aktiv ist nicht so super den braucht man nicht kaum der kann irgendwas mit Drohnen fischen äh Rohfische also das ist die Zauberrolle heißt Sushi Zauberrolle der kann mit Drohnen fischen dann sich heilen also ne bringt's nicht aber sein Passiv Perfekt ist dass er alle paar Sekunden ein bisschen HP die er gibt einfach so weil er da ist also solange er da ist damit kann man ziemlich gut slayern weil beim Slayern bekommt man immer nur immer nach einer Zeit ein bisschen Schaden und genau das macht er wieder zunichte weil er immer nach einer Zeit dich heilt also OP also perfekt zum Slayern das ist glaube ich 69 oder 68 Beschwörung das ist auch sehr schön dann haben wir die Kampfschildkröte die Kampfschildkröte die Kampfschildkröte ist die nächste Option nach Info zu Begleiter wegschicken die Kampfschildkröte ist der nächste Vertraute der wieder was tragen kann ja die Kampfschildkröte sieht aus wie die Schildkröte das Problem ist dass der Terrorvogel und die Kampfschildkröte kämpfen beide sind beides Kampfvertraute und die werden da auch den Boss dann angreifen und es kann also automatisch du kannst es nicht verhindern und deswegen ähm kann es sein dass sie dann irgendwann sterben werden weil sie ja aggro sind und angreifen deswegen ist es immer so eine Sache ne ne könnte sterben aber muss auch nicht die hat 18 Plätze also man kann ja auch hier einfach irgendwas spanken und das ist kein Problem und ja das ist die Kampfschildkröte die ist glaube ich 67 oder so auf jeden Fall ist hier auch irgendwas bis 60 dann ja die ist auch sehr schön ein guter Vertrauter braucht man ist ein Muss nach dem Terrorvogel wenn man jetzt keine äh also es ist einfach nur 6 Plätze mehr ne also 6 Plätze kostenlos also weil man jetzt geleveltert hat ist super ok dann kommen wir zum nächsten Punkt ich glaube das nächste ist der danach kommt der Kiat zum Leveln also das ist da kommt irgendwann müssen wir schauen und dann gibt es noch den Einhornengst der ist Level 88 der sieht aus wie ein Einhornengst ja das ist ein Einhorn ähm ja und der kann äh heilende Aura also man kann jetzt spammen ich brauche jetzt keine AP weil ich voll bin aber wenn man jetzt die Spezialaktion macht dann ja dann halt der ein um einen gewissen Prozentansatz von den HP und das ist ein sehr guter Vertrauter weil er einfach nur die ganze Zeit halt 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 und man muss kein Food mitnehmen also solange man genug Zauberrollen hat und genug Beschwörungspunkte weil jede Zauberrolle ähm verbraucht diese Spezialaktion und solange man Spezialaktion hat und Zauberrollen kann man sich die ganze Zeit heilen und solange das Ding halt da ist also Einhornengst ist sehr schön auch ein sehr schön vertautes auch ein Muss wenn man zu irgendwelchen Bossen geht zu bestimmten vor allem also wo man jetzt man kann es aussuchen entweder eine Kampfvielkütte oder Einhornengst aber wenn man jetzt Einhornengst dem ultimativen Parkoxen yeah das ist mein Lieblingsvertrauter mein absoluter Lieblingsvertrauter das ist nämlich wirklich meine Meinung nach das beste Beschwerungsmonster das es gibt wirklich besser geht es nicht eigentlich schon vom Nutzen her das Ding hat 30 Inventarplätze das es mehr als ein Spiel ertragen kann 30 das ist ultimativ macht man 96 Beschwerungen dafür aber es hat sich trotzdem gelohnt wenn man soweit ist schon genau und ja das Ding hat auch noch eine zweite Fähigkeit also die Fähigkeit davon ist dass es Sachen auf die Bank teleportieren kann sagen wir mal jetzt hier Zaubern Winterverrat wir nehmen jetzt und zaubern auf den Terrorvogelbeutel und blub der ist alles auf der Bank fertig wir haben den nicht im Moment wir haben eine Schriftrolle benutzt ein bisschen Energie auch also hier ein bisschen Energie deswegen wenn man zu wenn man Monster zu schnell killt zum Beispiel jetzt Frostdrachen die sind 2-hit meistens und dann habe ich immer meistens Probleme dass ich die Sachen auf die Bank teleportieren muss dann ist irgendwann mein Inventar voll und wenn mein Inventar voll ist packe ich alles in den Ochsen rein und versuche immer zwischendurch immer sofort weiter teleportieren und dann irgendwann ist der Packhochse voll und mein Inventar ist voll und er hat keine Energie mehr und dann muss ich dann meistens spanken und das ist aber schon 2 Stunden vergangen aus dem Ort also das ist richtig nice mit dem Ding kann man Sachen campen einfach irgendwelche Monster die man nicht so nicht zu schnell killt kann man einfach campen oder wenn man zu schnell killt geht es auch egal kann man einfach übelst effektiv ist das Ding übelst genau und da gibt es noch den Staltitan habe ich ja vorhin schon gezeigt der hat halt die Battle die Battle Rolle da kann man dann den Helm verzaubern und dann die Schriftrollen in den Helm packen und dann werden dann die Schriftrollen aus dem Helm benutzt anstatt aus dem Inventar oder halt wenn mein Inventar dann keine hat dann werden sie nur aus dem Helm benutzt und das ist halt ein extra Platz für die Schriftrollen das wäre ja auch nicht schlecht und ja der Staltitan ist halt eigentlich total stark gewesen früher und jetzt muss ich das mal wieder ausprobieren ob er wieder stark ist weil es ist ja wie ihr gemerkt habt Legacy drin da werde ich auch noch ein Video dazu machen und deswegen habe ich ja schon den Retro-Look geholt von Elite Void und der AGS und sieht alles cool aus richtig oldschool aber genau genau das wäre jetzt das Beschwörungszeug was ich jetzt alles zeigen wollte und das zu den Siegeln das wird dann im Part 2 kommen freut euch schon drauf